Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Wir spielen weiter Ox Must Die 3 und der Sven ist wie immer am Start. Ein wunderschön. Das letzte Mal haben wir erfolgreich hier das erste Level, wie auch immer es hieß, aus der DLC-Kampagne gespielt. Genau, verlassener Durchgang, sehr schön. Ja, da haben wir fünf Köpfe hierhin geschafft. Und das ist immer unser Zweiten. Im Zweiten, ja, klar. So, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, ne? Ja, machen wir jetzt immer als Ziel dieser Videos, dass wir fünf Totenköpfe schaffen. Korrekt. Sind ja eh keine Kriegsszenarien, die so mega lang gehen. Da geht das schon. Und wenn wir halt das Video auf drei Stunden ziehen für ein Level. Eben, eben. Ist ja kein Problem. Gut. Musst du noch was einschneiden? Nein, ich bin bereit. Arquiductor. Oh, schön. Schön ausgesprochen. Mit Betonung. Duckt. Duckt. So, mal sehen, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Aber ich will mal so langsam. Aber ich muss mich... Ich meine, guck mal, letztes Mal war das Problem, du bist auf Nahkampf gegangen. Ja, ja. Und es gab so viele... Flugviecher. ... keine Flugviecher-Feuerwerber. Diesmal auch wieder. Diesmal auch wieder. Bergtreu, Fledermäuse. Ogre, schwerer Ogre. Okay. Deckenlaser lasse ich mal weg. Ich will mal das testen. Aber diesmal kommen sie über die normalen Tore, ne? Oder? Ich weiß gar nicht, woher kommen die? Wo ist denn unser Risiko? Also jetzt kommen sie erst mal aus grün, richtig? Und dann nächste Runde aus gelb. Wir können ja mal zurückverfolgen. Ist alles unten, ne? Ne, die kommen aus gelb jetzt. Hier. Ne, ne, die kommen aus... Von hier rum? Ne, hier unten. Achso, aus dem Teleport. Ach Gott. Gott, ja, ja. Ach, die kommen nur von den beiden Toren hier? Wo bin ich denn jetzt? Achso, damit komme ich rum. Obwohl ich wette, das Spiel behält so eine Überraschung bereit, dass dann hier auch so aus der Mitte irgendwo was kommt hier. Achso, das Ding gibt es auch noch. Das lila, ne? Da ploppt ihr auch noch. Ja klar, da kommen die Flugviecher, wette ich raus, ne? Ja, da kommen die Flugviecher, ist so. Okay, dann habe ich eine Idee. Aber es gibt doch noch ein Tor da unten irgendwo bei dir. Ja, beide sind hier unten. Und mal wieder falsch gesetzt. Wunderbar. So. Oder würde ich sagen, pauschal die da eine Seite? Und die Flugviecher zusammen, oder? Ja. Wie wollen wir? Denke mal, ist gut. So, mal gucken. So, vielleicht benutze ich jetzt mal endlich diese, diese Sägewerfer. Kennen diese kreissägen Wurfwandgeräte? Wurfwandgeräte? Genau. Wurfwandgerät. Wer kennt sie nicht? Die Wurfwandgeräte. Mal schauen, wie die sind. So, ich bin ready. Na, warte mal, mache ich die weiter oben? Vielleicht besser, ne? Vergiss nicht, wir haben hier auch noch ein paar Bomben immer über uns hängen, na, an den Treppen. Ja. Gott, ich trödel hier viel zu lang. Ja, ist eh erste Runde, da werden wir... Ach, scheiß drauf. So, hab jetzt meine Eisdinger gesetzt, da ist gut. Die sind immer gut. So, mal gucken. Erstmal kommt ja nur hier... Sie bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie kommen ja noch gar nicht bei mir, ne? Nee. Ja, okay. Und Schwung. Hä? Einer ist auf der anderen Seite, Sven. Das ist irgendwie viel, oder? Aber glaubst du, ich finde ihn? Ach doch, Tatsache. Dann hat er noch mal der Eisfalle nicht vorbei. Oh, ich bin bei Tod hier drüben. Alles gut, ich bin da doch. Ich krieg nämlich von irgendwas Schaden. Oh, haben Sie noch mehr von sehen? Mit Rechtsklick stunst du die, ne? Ja, ich weiß. Ach, der Bogenschütze macht mich so fertig. Oh, der schwere Oga wird eklig. Oh, was dann? Und dann... Ja, auf den Kopf. Dauerfeuer-Abenteuer. Das bringt das Blut in Warn. Oh, nächste Welle. Geht gleich weiter. Äh, nochmal selbe Seite. Alles gut. Oh Gott, ich hab wieder einen rüber geschleudert. Okay, das ist eine meiner Fallen. Ja, die kommen aber hinten nicht brüht. Ah, okay. Ich hab nur ein kurzes Post hier rein gelegt. Also ist okay, dass sie dahin geschleudert hat. Einer durch. Sie betreten den Reißfall. Können wir neu starten. Wollen wir gleich neu starten? Können wir machen. Verlassen wir mal. Erneut versuchen. Ah, kannst du machen. 2 oder 4. Ja, Patek. Ist ja von drüben gekommen. Ja, dann ist er durch. Ich weiß nicht, dann darf ich keine Schleuderfallen benutzen. War das eine Ratte vielleicht? Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Wenn die normalen Oga kommen, können die normalen Fallen nicht überwinden, bin ich der absolut festen Überzeugung. Okay, also keine Schleuderfalle, die kommen bis rüber. Scheiße, ey. Ja, weil... Also bei mir waren gerade Ratten, ne? Ich hab ein paar bekämpft. Vielleicht war das auch eine Ratte, die ist rüber und dann... Die ist natürlich so schnell. Na gut, dann... Alles gut. Keine Schleuderfalle. Machen wir mal. Ich zeig dir, wie sehr ich es liebe, wenn all das vorbei ist. Vielleicht lieben sie es doch nicht so sehr. Machen wir mal statt Schleuder das hier. So, dann machen wir trotzdem. So, ich hab festgestellt, die Dinger kannst du eigentlich hier oben, glaube ich, setzen, wie du willst. Ich hab diese Geschütze, die drehen mit. Und mach mal ready. Ich hab's immer noch dran. Ich hab zwar nichts gebaut. So ist gut. Ich hab da ja Eisfallen auf der Seite diesmal. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Okay, trifft die Falle überhaupt was? Da kommen sie! Trifft sie schon. Ach, scheiße. Ich wollte ihn eigentlich im Diggstun. Ja. Ich bin im Maisfeld immer Stun. Naja. Oh Gott. Alter, von was krieg ich denn? Ey, diese Bogenschützen, ne? Ich hab's auch grad zerrissen. Das ist so kinderleicht! Wieder zurück. Fick er oberst. Ich weiß nicht mal, ob die Falle hier was trifft. Jetzt kommen die Ratten. Ja. Ich könnte etwas Leben gebrauchen. Alter, der Bogenschütze da hinten trifft mich aber schon wieder. Er ist mega hart, ne? Mega hart. Neckige auch. Ja, jetzt hat's mich. Du bist auch gleich zerrissen. Ja, ich so. Oh, hier ist ein Bogenschütze. Oh, Jäger. Oh, Jäger. Okay, Jäger. Okay. Meine Güte, wie viel er einfach aushält, ne? War's das? Ja, ja. Jetzt kommen sie von der anderen Seite, ne? So, Welle 3 sind wir ja schon. Ja, ich dachte grad, die gehen nur eigentlich gleich los, aber ja. Ich frag mich ja dann, wann die Viecher so kommen. Die uns noch per Flug nerven. Ich hab' einen guten Platz gefunden. Fallen, 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 fallen. Ich komm' jetzt gleich von beiden Seiten, ne? Hm. Ja. Geht gleich los. Äh, mal gucken, von wo zuerst. Wahrscheinlich bei mir. Ja. Wieder Mini-Ratten auch, hier. Die alles auslösen. Ja, kriegst du die? Ja, ja, die Ratten hab' ich. Aber der Bogenschütze haut mich schon wieder hier. Und schießt du seitlich so'n bisschen drüber. Okay, jetzt geht's bei dir los. Ja. Kommst du klar? Welle, wo wird schon... Nämlich komm ich... Oh, jetzt kommt der schwere Uga hier. Haha, das war nicht nur uhrenbezeugend. Hey, da Schwede. Okay. Oh, da kommen wir auf viele, ey. Jetzt schon keine Mützen mehr? Ich komm' rüber. Bei mir ist nur noch ein dicker Uga. Ich bin mal so lang... Der Bogenschütze jetzt hier nicht... Da kommt ein Bergtreu bei dir. Noch einer? Oh, hier war's schon einer. Für den Bruchteinten war der Erregel. Für den Bruchteinten war der Erregel. Für den Bruchteinten war der Erregel. Für den links. Ob ihn... Ich bin da. Bin da. kommt gleich die nächste jetzt kommen sie von rechts und mitte oder links und korrekt was auch das ist so was ist denn das bei dir kommt es naja ja jetzt kommen die flugviecher ok heim ready mal gucken von wo sie zuerst komme ich bei dir kommt gleich bei beiden wo wir gleich bei mir abzuwehren ok bis jetzt sie sie auch nur flug wieder ok jetzt kommt von ein seiten ok bei mir kommt und flugfiecher bist du um die flugfücher gekümmert waren diese bogenschützen bei dir kommen richtig viele ich weiß ich weiß ich bin da und bei dir kommt jetzt kommt bei dir auch noch erst mal flugfiecher weg kann man sich um deine seite bei einer durch nein moment was will ich da man ja alles gut bei mir ich habe nur den schweren auger hier ist er denn alter ich komme und nächste welle gut wenn die eingefroren sind dann die mega kopfschuss schauen fluggegner im anflug machst du wieder flug ich muss das nein 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 da fliegt eine durch hast du ok aber knapp bin echt zufrieden damit oh mann ey die flugfiecher sind wieder weg verflext hat nicht genug witzel ok ich komme rüber optimal 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 das war's ja meinst du es war ein fünfer ja ja war ein fünfer denke ich mal ja jawohl kurz in die stadt die stick rein gucken benötigste zeit guck dir die zeit an 9 11 und 9 15 vier sekunden schneller als benötigt huch nicht schlecht nicht schlecht ja dann heute mal eine kürzere folge ging ja besser als gedacht ja lief ja lief dementsprechend schaltet das nächste mal gerne wieder ein bei der bei dem nächsten level das dritte dann ja macht's gut bis dann tschöpöpö tschau